So, hier haben wir die Susi von der Deutschen Vermögensberatung, Schleichwerbung ist bei uns erlaubt, aus Bad Dürkheim. Richtig. Richtig, Bad Dürkheimer, da gibt es der Wurstmarkt ist das, oder der Käsemarkt. Der Wurstmarkt und die Salinen. Ja, genau, die wo abgebrannt ist, der Latsch. Steht sie wieder mittlerweile? Nein, die ist noch abgefackelt. Oh, die war bestimmt nicht gut versichert, gell? Das weiß ich nicht. Okay, Susi, du bist heute das erste Mal hier beim P6 Cup dabei. Jawohl, ja, das erste Mal. Du vertrittst praktisch deine Firma oder auch die Deutsche Vermögensberatung. Der Sponsor auch noch für den FCK, dürfen wir natürlich offiziell sagen. Susi, wie gefällt das hier bisher in Pirmasens, in Benesoba-World? Also ich muss sagen, es ist super schön, es ist eine ganz tolle Stimmung, ganz viele tolle Leute. Und da wird richtig Einsatz gezeigt auf dem Platz, toll, macht sehr viel Spaß. Okay, ihr habt hier einen kleinen Fußball hängen, wo die Leute auch den Umfang schätzen dürfen. Ich habe ihn auch geschätzt, ich verrate es jetzt nicht. Was gibt es als Preis zu gewinnen? Also wir haben als Essenpreis, haben wir zweimal zwei Karten für die Südtribüne beim FCK, ein Heimspiel. Dann haben wir Tankgutscheine und auch von der Deutschen Vermögensberatung gibt es 26.000 limitierte Becher von Jogi Löw, Hansi Flick und Michael Schumacher. Die sind sehr begehrt, die sind auch in der Verlosung mit drin. Ja, schauen wir mal, wer das gewinnt. Okay, da sind wir natürlich auch gespannt. Eventuell berichten wir morgen Abend hier nochmal davon. Wir sind morgen auch nochmal hier live vor Ort. Susi, bei der P6-Cruisebox leben wir, wie der Name es schon sagt, von den Grüßen. Du darfst in die Kamera lächeln und Leute grüßen. Leg los. Ja, ich grüße alle, die mich kennen, die mich mögen. Natürlich alle meine Freunde, mein Mann zu Hause, den Andreas und die Emily, die kommen morgen auch. Und natürlich alle meine Kunden. Okay, dir viel Spaß und noch schönen Aufenthalt hier in Pirmasens. Bis dann. Dankeschön.